Oh, schön, dass uns das raus ins Menü haut. Dann auch zu die Chroniken von Tandrien. Spielen, Flucht aus dem Norden. Ich habe meine Familie und das Vernächtnis meines Vaters in Schande befleckt. Ich konnte Drakkenau nicht verteidigen und nun liege ich fern meiner Heimat auf den Norden zu den Ketten. Monate sind ins Land gezogen, seit Rovin und ich zu diesem Böden und Bitterkalten Inseln verschifft wurden. Erlebe eine epische, festbestimmte Geschichte über Rovins und Tarkorians Flucht vor den Nordinseln. Böchtet von den Gefängnisinseln, befreit eure Schwester und vergeltet das Unrecht, das euch widerfahren ist. Überwindet mit einer florierenden, auf Handeln gestützten Wirtschaft die Rohstoffknappheit und stellt eine Armee auf, die mächtig genug ist, die Kerkermeister und letztendlich Handelsprinz Krüger zu überwinden. Schallt vier neue Erfolge auf dieser mittelgroßen Karte mit 20 Sektoren frei. Zu Schiffsbaumeister Ansgar, der in der Schiffswerft oder Fatumkrieger Fredolin auf der Schatzinslauf. Ergänzt eure Wirtschaft durch das klinische Schlachthaus, den Walfanghafen und die Kanonengießerei. Können wir ja gerade mal in den Errungenschaften gucken. Genau, das waren die vier Achievements für die Mission. Also erobert ein Drackener und nimmt da Kuhn und Rovink gefangen war für die Hauptquest. Dann den Drachen füttern, mit Geistlichen haben wir gemacht. Dem gefeienden Ritter ein Tribut gezollt. Das haben wir gemacht, um die Armee von ihm zu kriegen. Und den Riesen von seinem Ungezieferproblem befreit. Dadurch hat er uns Armeen geschickt. So, was haben wir als nächstes? Flieht von der Gefängnisinsel, befreit Rovink aus ihrem kalten Verlies. Das sind wohl zwei Hauptquests. Besiegt Handelsprinzen Krüger den Tyran der Nordinsel. Flieht von der Nordinsel und kehrt auf das Festland zurück. Ja, okay, das sind glaube ich alles vier Achievements der Hauptmission. Gut, und das andere sind dann andere Missionen. Gut. Also starten wir jetzt mal in Flucht aus dem Norden. Befestigungen können nur mit Fernwaffen bezogen werden. Befestigt wichtige Sektoren, um sie vor Angriffen zu schützen. Mhm, das kennen wir ja eigentlich schon. Okay. Oh, Gold. Ich habe meine Familie und das Vermächtnis meines Vaters mit Schande befleckt. Ich konnte Drakkenau nicht verteidigen. Und nun blicke ich fern meiner Heimat auf den Nordinseln in Ketten. Monate sind jetzt lang gezogen, seit Rovin und ich zu diesen Önen und bitterkalten Inseln verschifft wurden. Mhm. Ach, hätte Krüger diese mieser und dieser mieser und getrennige Schuss und der Doppelkönigin mich und meine Schwester doch nicht voneinander getrennt. Ich kann nur hoffen, dass der Felsenturm mit dem Rovin spachträglich ebenso unmenschlich ist, wie das Inselgefängnis, das Krüger mir zugedacht hat. In den letzten Monaten wurde mein Mitgefangene zur Arbeit im lagelligen Steinbruch gezwungen. Es war eine Tortur, aber eine mit erfreulichem Nebeneffekt. Während der Arbeit konnten wir genügend Werkzeuge beiseite schaffen, um daraus ein paar Behelfspick zu schmieden. Wenn wir diesem Eisenkerker empfiehen wollen, müssen wir schnell handeln. Zetteln wir einen Aufstand an und überwetigen die Wachen jetzt oder nie. Also, so wie ich das sehe, ist das hier jetzt mein. Kerkermeister Boris hat eine Kaserne. Und das ist Handelsprinz Krüger. Ja, der wird eine Handelsgilde haben. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Ja, erstmal besiegen wir die Gefängniswärter. Das sind die Grauen hier. Und ja, wenn wir da ein paar Schiffen wollen, brauchen wir ein bisschen mehr als nur die paar Einheiten. Angriff abgeblasen, sehr schön. Das heißt, wir können mit dem neuen Handelsaußenposten beginnen. Und da ist unsere Händler-Gilde übrigens. Es ist verbracht, die Wachen hatten nicht den Hauch einer Chance, aber das war nur ein erster kleiner Schritt auf dem Weg in die Freiheit. Robin ist noch gefangen und von dieser gottflasenden Insel bin ich auch noch nicht herunter. Ja, dazu muss ich erst da durch. Rohstoffe sind ein seltenes Gut auf dem Gefängnis. Denn es ist aber der Gefängniswert in unserer Hand. Können wir zumindest eine auf Handelsgerude Wirtschaft aufbauen. Wir sollten die verfügbaren Güter benutzen, um daraus günstig Stoff und Schmuck herzustellen. Jeder ist ersetzlich in den Wachposten und befindet sich in einem kleinen Hafen. Es ist uns gelingt, den dortigen Gefängniswert zu überwältigen. Können wir endlich Handel treiben. Aus ersichtlichem Grund haben die Gefängniswerte die Baupläne für die Kaserne versteckt, sodass wir Soldatenförst nur in der Gefängnistaverne anrühren können. Ja, was haben wir denn so? Bevölkerungsbelohnung. Nehmen wir mal Sicherheitshalber ein paar Bretter. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Oh, gehört das hier unten uns? Ja, das sieht fast danach aus. Der ganze Boden ist fruchtbar eigentlich. Bis auf den Schneefleck hier. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. So, also bauen wir erstmal mit Weizen. Winzenstoff und Schmuck. Da es hier nirgends Gold wirklich gibt. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Annen Sie auf den Schneefleck hier gründen. Einer hat er in besten Stà Einsenpots. Ja, everland. ác und Schmuck als Schmuck. Da waren sia gerne Kcalled Br Also ja, eine Kirche könnten wir bauen, theoretisch. Bevölkerungsbelohnung. Bretter haben wir genug. Werkzeuge erstmal. Gebt Acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Vier hiervon, drei hiervon. So, dann hier die Vollproduktion. Und die Stoffproduktion. Rauereien. Hier unten können wir auch nochmal Förster und Holzfäller aufbauen. Was wir auf jeden Fall viel haben, ist Fischgründe. Also ich glaube, ich brauche nicht mal wirklich einen Bäcker. Und die Münzprägerei, die kriegt erstmal bessere Verpflegung. Einfach aus dem Grund, damit wir ein bisschen mehr Gold rauskriegen. Aus dem bisschen Gold, das wir haben. Also Mützen rauskriegen, aus dem bisschen Gold, das wir haben. Natürlich gibt es auch gleich bessere Verpflegung. Dass du keine normale Verpflegung mehr verbrauchst. Oh, du machst nur nach Bedarf, bitte. Ach du meine Güte. Und ich sehe gerade, da ist schon eine Jägerhütte. Das heißt, ich kann das hier eigentlich alles abreißen. Ja, ich freue dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.